Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur nunmehr 14. Vorlesung, das Weltbild der Physik. Und wir sind jetzt jenseits, also nicht mehr innerhalb des Inhalts des Buches hier mit Ernst-Peter Fischer zusammen, sondern jenseits des Buches, das ich vor anderthalb Jahren mit Ernst-Peter Fischer zusammen publiziert habe. Das heißt am Sonntag nach der Schöpfung ein Katechismus der modernen Naturwissenschaften. Und der Fischer hat den Biologietal geschrieben und ich den Physiktal. Und Katechismus heißt das so etwas wie die Zusammenfassung der wichtigsten Thesen der Biologie und der Physik. Und die Physik, das war erstmal eine ganze Menge Folgen über die Kosmologie. Also was ist ein Universum überhaupt, woraus besteht unsere Welt und wie ist unsere Welt entstanden. Und jetzt geht es so ein bisschen weiter, heute in der 14. Vorlesung. Hier haben wir die Zusammenfassung nochmal von dem, was ich bisher gebracht habe. Also bis hin 8, Kapitel 8 war Unbekanntes, also dunkle Energie, dunkle Materie, aber alles so ein bisschen im Rahmen der Kosmologie. Und letztes Mal habe ich sogar über Stringtheorie ein bisschen erzählt. Diese Vorstellung, die Herr Süßkind oder Sasskind produziert hat oder entwickelt hat, diese Vorstellung, dass unser bekanntes Universum mit der flachen Raumzeit, wie wir sie kennen, dass das nur ein winziger Teil eines hyperdimensionalen, gigantischen Kosmos ist, also eine viel größere Realität. Und dass unsere Naturkonstanten und Naturkräfte, wie wir sie kennen, nur ein reiner Zufall sind, in einer besonders unbedeutenden Ecke des ganzen Kosmos und woanders, da sind eben andere Naturgesetze, andere Naturkonstanten. Und nur hier, da haben wir die günstigen Bedingungen, dass sich Leben entwickeln konnte. Das wäre aber dann sozusagen Zufall in anderen Ecken des gesamten Kosmos. Da gibt es andere Naturgesetze. Das ist so eine Idee aus der Stringtheorie heraus. Da gibt es ganz viele verschiedene Universen und so ein Potenzial. Also das ist eine fantastische Idee, wesentlich größer als das, was wir uns bisher unter dem Universum vorstellen konnten. Und das ist ja schon ziemlich groß. Das ist die uns zugängliche Raumkugel mit einem Durchmesser, zumindest was die Signale, die uns erreichen können, angeht. Von 13,6 Milliarden Lichtjahren. Und das wäre also nur ein ganz kleiner Teil der gesamten Realität. Das war letztes Mal. Aber wir verlassen jetzt mal die Kosmologie, die Welt ist ganz groß. Und die seltsame Frage nach dem maßgeschneiderten Universum. Das ist ja wirklich ein bisschen komisch. Wir gehen jetzt mal raus aus dieser normalen Physik in Bereiche, die man nicht als unmittelbar relevant für die Physik ansieht, die aber trotzdem Teil der Realität sind. Und das muss dann die Physik eigentlich auch beschreiben. Nämlich, das Thema wird diesmal sein, Information. Ja, und eigentlich ist das so ein bisschen getrennt. Also diese ganzen Bereiche hier, die man den Menschen zuordnen kann, das sind so Begriffe wie Information, Wissen und Bewusstsein. Bewusstsein, dass ich, das kommt in der Physik irgendwie nicht so richtig vor, hat man jedenfalls das Gefühl. Stimmt nicht ganz, das will ich dann in den folgenden Videos noch erklären. Aber eigentlich würde man denken, also für Wissen, Information und schon gar nicht Bewusstsein, da ist die Physik nicht zuständig. Also die Physik hat Raum und Zeit, also vierdimensional, Einstein, Relativitätstheorie. Da gibt es Elementarteilchen, es gibt Kräfte, es gibt die Naturgesetze. Also zum Beispiel eben, was haben wir denn da in der Maxwell-Gleichung, Elektromagnetismus oder auch die Thermodynamik. All diese Natur, also Newton, Gravitationsgesetz, all diese Gesetze. Und dann gibt es die Naturkonstanten, die so ein bisschen die konkreten Eigenschaften des Universums festlegen. Ja, aber wo in diesem Gewebe der Physik kommt denn da jetzt Information, Wissen und Bewusstsein vor? Erstmal so auf den ersten Blick gar nicht. Das sieht also so aus wie diese rote Linie hier, als wären das so zwei getrennte Welten. Und unsere Biologen im Nachbarfachbereich an der Uni Konstanz, die haben diesen Scherz. Die sagen, es gibt Life Science. Life Science ist also die Wissenschaft vom Lebendigen, also Biologie und Biochemie. Und dann gibt es Dead Science, das ist die tote Wissenschaft. Das sind wir, wir beschäftigen uns mit dem Toten. Und damit wollen sie natürlich auch andeuten, dass die Physik so ein bisschen ausgepowert ist. Die hat 100 Jahre, seit 1900, hat die also eine gewaltige Entwicklung erlebt. Also zusammen einhergehend mit der Entwicklung der Technologie. Und jetzt ist es eine Dead Science, weil es ein bisschen ausgelaufen ist. Da muss man vorsichtig sein. Also immer, wenn jemand totgesagt ist, am nächsten Tag steht er dann als der strahlende Sieger auf einmal da. Man weiß nie so genau, ob irgendwas wirklich ausgelaugt, aufgebraucht ist. Ja, es ist also ein bisschen vorsichtig, wäre ich da. Also nach wie vor hat die Physik zumindest den Anspruch, für die Grundlagen zuständig zu sein. Nämlich im Sinne dieses Reduktionismus. Da kommen wir gleich noch zu, was das ist. Aber zunächst mal sieht es so aus, als wären hier diese beiden rechts und links der roten Linie, das wären so getrennte Welten. Und die Physik hätte gar keinen Zugriff auf Informationen und schon gar nicht auf Bewusstsein. Obwohl ohne Bewusstsein gibt es ja gar keine Physik. Physik ist ein Gedankengebäude, wie wir Menschen uns die Welt vorstellen. Hat also eigentlich sehr viel mit Bewusstsein zu tun. Aber beschreibt Bewusstsein einfach nicht. Scheint jedenfalls so zu sein, als käme all dieses Leben gar nicht vor in der Physik. Ja, beschreibt dann also die Physik überhaupt noch die Realität. Und das habe ich ja auch bei den anderen Folgen versucht anzudeuten. Dass es zwar im Physikunterricht in der Schule vermittelt wird, dass die Physik ist fertig. Wir können alles erklären. Es gibt die Naturgesetze und Bummskrach ist alles klar. Also das Universum ist so eine Art Uhrwerk. Das läuft nach den Gesetzen ab. Das sind die ganzen Zahnräder. Und das war es. Mehr braucht man nicht zu erforschen. Und jetzt machen wir nur noch die Detailausarbeitung. Die Grundlagen sind erkannt. Und das stimmt aber nicht. Wir wissen vielleicht so viel, so einen kleinen Kreis. Und die Realität ist viel, viel größer. Alleine diese Stringtheorie, diese Vision ist überwältigend. Aber eine klare Frage, die gestellt werden muss, unabhängig davon mit der Stringtheorie. Die ist ja schon ein bisschen komisch, die Theorie. Aber die Frage bleibt offen, warum ist das Universum denn so verflixt maßgeschneidert? Also jetzt mal ohne den lieben Gott, ja, dann kann man natürlich alles mit beantworten. Sondern wir nehmen mal an, wir versuchen jetzt mal zu denken, ohne göttliches Wesen. Es bleibt trotzdem die Tatsache, das Universum ist für die Existenz von Leben maßgeschneidert. Wie kann das sein? Und das bedeutet, wir haben erst einen winzigen Teil der Realität erkannt. Und mit diesem Teil hier, Information, Wissen und Bewusstsein, da wird das noch offensichtlicher. Und ich tauche jetzt ein bisschen weg von der normalen Mainstream-Physik, begebe mich also in Bereiche, in denen man auch als Physikprofessor und dann auch noch Experimentator, ja, Theoretiker dürfen schon mal abheben, ja, aber Experimentator sind ans Experiment gebunden, mehr an der Realität. Ja, da kann ich meinen Ruf ruinieren. Ja, jetzt bin ich aber schon ganz schön alt und da habe ich gedacht, dann kann ich jetzt meinen Ruf auch noch ruinieren. Ist dann sowieso egal, also ist jetzt, wenn nicht jemand seinen Ruf riskieren kann, dann wir etwas älteren oder alten Menschen. Also jetzt riskiere ich mal meinen Ruf und bewege mich mal hier über diese Mauer, das ist so eine Mauer, da darf der Physiker nicht rüber und schon gar nicht der Experimentator in diesem Bereich. Ja, also Physik beschreibt sicherlich nicht die ganze Realität. Ich glaube, das können wir schon mal sagen nach den letzten Folgen. Es gibt mehr als was die Physik bisher erkannt hat und auch was die Biologie und Chemie bisher erkannt haben oder die Mathe. Reduktionismus, das ist eigentlich die Idee der Physik. Reduktionismus, hier aus Wikipedia. Lehre, nach der ein System durch seine Einzelbestandteile, Elemente vollständig beschrieben wird. Wikipedia, nein, da fehlen manchmal so schlaue Sätze und dann kann man anfangen, ja, was meinen die denn? Was sie meinen, habe ich jetzt mal an einem einfachen Beispiel, also was ich glaube, was sie meinen, erläutert. Eine Uhr besteht aus Zahnrädern, also nicht eine digitale Uhr, sondern eine mechanische Uhr. Die Summe der Einzelteile bestimmt exakt, was die Uhr als Ganzes tut oder eben auch nicht tut. Ja, also ich plane die Uhr mit den ganzen winzigen Zahnrädern und Federchen und Lagern und allem und dann hat sie gefälligst die Zeit anzuzeigen. Und sie soll jetzt nicht auf einmal Bewusstsein entwickeln oder irgend sowas, ja, oder anfangen rumzulaufen, sondern das Ganze ist exakt die Summe der Einzelteile. Und das ist ja Reduktionismus. Ich verstehe die Einzelteile, also die Naturgesetze der Physik und dann verstehe ich auch das Ganze. Also alles, was das Ganze tut, unsere Realität, auch unser Bewusstsein, muss im Sinne dieses reduktionistischen Denkens der Physik, und wir Physiker denken so, muss irgendwo in den Naturgesetzen verankert sein. Sonst sind unsere Naturgesetze nicht komplett. Das ist die Idee. Jetzt kann man sagen, ja, wir kennen ja Emerging Phänomene, also neu entstehende Phänomene, dadurch, dass viele Elemente, die meinetwegen identisch sind, also viele Neuronen im Gehirn, schalte ich zusammen, dann entsteht was Neues, das Bewusstsein, einfach durch die schiere Menge. Ein Emerging, also ein auftauchendes Phänomen, auf einer Ebene höher als die Ebenen unten drunter. Also das ist wie so, wie soll man sagen, also wenn ich eine Lego-Welt habe, aus Lego-Bausteinen, und die entwickelt plötzlich Intelligenz, obwohl der einzelne Lego-Stein ist eben nicht intelligent. Das wäre also ein ganz neues Phänomen, eine neue Kategorie auf einer höheren Ebene, dadurch, dass ich ganz viele Elemente gleicher Art zusammenbaue. Also zum Beispiel Autostau. Ein Autostau auf Autobahnen, der hat ja eine bestimmte Dynamik, den verstehe ich nicht, wenn ich das einzelne Auto angucke. Wir haben mal so ein ganz einfaches Beispiel, es gibt noch viel kompliziertere Emerging-Phänomena und das Bewusstsein des Menschen entsteht durch die Kopplung unglaublich vieler, 100 oder 200 Milliarden Neuronen. Und dann haben wir auf einmal ein Bewusstsein. Aber aus dem einzelnen Neuron würde ich jetzt kein Bewusstsein reduzieren. Aber Reduktionismus heißt, dass ich doch aus den Eigenschaften dieser einzelnen Neuronen letztendlich ableiten kann, dass es immerhin möglich ist, dass es ein Bewusstsein gibt. Okay, ja, und wo in den physikalischen Naturgesetzen ist jetzt angelegt, dass es Information oder Leben oder sowas geben könnte? Es muss irgendwo drinstecken, zumindest als Möglichkeit. Ja, also hier steht es nochmal, das physikalische Weltbild beschreibt die Grundelemente der Welt, also die Grundbausteine. Also muss es irgendwo im physikalischen Weltbild die Grundlagen für Information, Wissen und Bewusstsein geben. Wo? Ja, kann man drüber nachdenken. Es fällt einem immer der zweite Hauptsatz der Thermodynamik ein, mit dieser Entropiezunahme. Der sagt aber nur aus, dass es tot ist und wenn es existiert, dann wird es höchstens noch toter. Aber nicht weniger tot, nicht organisierter. Es wird weniger organisiert. Das ist die einzige Entwicklungsrichtung in der Natur, in Richtung Tod. Aber dass da Leben irgendwie spontan entsteht und wie gesagt, wir haben halt jetzt mal ohne die Annahme eines höheren Schöpfers, dass da spontan Leben entsteht, kommt nicht vor. Also jedenfalls ist es nicht so einfach zu entdecken. Es muss irgendwo drin sein, aber wo? Gut, jetzt fangen wir einfach mal mit Information an, denn Information ist was, was man zumindest im menschlichen Bereich ganz gut greifen kann. Also dieser eine Begriff hat ja Information, Wissen und Wissen, Information ist Wissens-Transfer, also Wissen und Information sind eigentlich sehr ähnliche Begriffe und Bewusstsein. Jetzt versuchen wir mal mit dem ersten einigermaßen simplen Begriff, anscheinend simplen Begriff, Information anzufangen. Und ich will erstmal näher jetzt versuchen, in diesem Video zu umreißen, was ist denn Information eigentlich? Kann ich das irgendwie greifen? Das ist nämlich ein verflixt, diffuser Begriff. Klassisch gesehen ist Information der Wissenstransfer zwischen Bewusstheiten, also zwischen Menschen. Das heißt, in der Philosophie und in ähnlichen Wissenschaften, da gibt es Informationen nur im menschlichen Bereich. Also so die Grundidee. Das heißt, das ist ein Brief, den ich schreibe, da schreibe ich irgendwas auf ein Blatt Papier, das sind so seltsame Hieroglyphen aus Tinte und ich weiß, was die Buchstaben zu Worten geformt dann bedeuten. Also zum Beispiel Wechselwirkung, ist ein bisschen schlechter, schlechtes Beispiel Haus, da weiß ich, was Haus ist, oder Bushaltestelle. Schreibe ich einen Brief, wir treffen uns morgen früh an der Bushaltestelle um 8 Uhr. Und das sind dann eigentlich so merkwürdige Tintendinger auf so einem weißen Stück Papier. Schicke ich den Brief irgendwo hin und der Empfänger, der weiß, was diese Kodierungen, diese seltsamen Hieroglyphen bedeuten. Er liest Bushaltestelle, das sind Buchstaben. Er kennt jeden Buchstaben, fügt ihn zusammen und weiß Bushaltestelle, hat das Bild vor sich Bushaltestelle, eine bestimmte Bushaltestelle, erkennbar eben daran, dass gelangweilte Personen am Straßenrand stehen. Und es gibt meistens so ein rundes gelbes Schild mit einem großen H für Haltestelle oder vielleicht noch ein Kabuff, wo man sich unterstellen kann bei Regen. Bushaltestelle und um 8 Uhr, da weiß er, aha, das ist die Zeigerstellung meiner Uhr, der große, der kleine Zeiger oder auch digital 08.00, das ist die Uhrzeit. Das sind alle Symbole, Zeichen, die Einträge haben. Es braucht immer irgendein Träger, ein Blatt Papier oder elektronische Pulse oder eben das Zifferblatt einer Uhr, was ich mit den Augen wahrnehme. Eine Information braucht einen Träger und das Verständnis, was die Information bedeutet, die Uhrzeit, das weiß sowohl der Sender, also die Uhr selber nicht, das ist ja ein mechanisches Gerät, aber der, der den Brief schreibt, der weiß, was er beim Empfänger auslösen will. Eine bestimmte Handlung, nämlich, dass der Empfänger am nächsten Tag um 8 Uhr oder an der Bushaltestelle ist. Das ist die Idee von Information, diese ganz einfache, semantische Bedeutungsinformation. Das heißt, ich habe eine Bewusstheit, die produziert Symbole. Ich kann das auch morsen mit so tak, tak, kurz, kurz, lang, 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 kurz, kurz. Kann ich dann auch irgendwie, wenn man sich verabredet, dreimal kurz bedeutet S oder sowas, dann kann ich das auch übermitteln. Und der Empfänger versteht die Signale, muss es aber gelernt haben. Er muss wissen, was welcher Buchstabe zu welchem Board zusammengebaut bedeutet und dann kann ich beim Empfänger eine Handlung auslösen oder sein Wissen verbessern. Zum Beispiel, morgen regnet es, muss ich den Regenschirm mitnehmen, ist der Wetterbericht, morgen regnet es, kann ich drucken oder auch sagen und der Empfänger versteht es und weiß, oh, morgen regnet es. Also, das ist die Idee von Informationstransfer, also Wissenstransfer, Wissen und Information, so ein bisschen ähnlich. Ich bleibe jetzt mal bei Information und wir brauchen Bewusstsein. Gibt es also nur im menschlichen Bereich, also außerhalb der normalen Physik. Aber wir werden sehen, wir müssen das erweitern. Aber jetzt fangen wir erstmal mit diesem einfachen Informationsbegriff an. Okay, und man kann es messen. Als Experimentator glaube ich daran, dass es nur das gibt, was ich messen kann. Also man kann als theoretischer Physiker oder auch als Philosoph irgendwas ersinnen, das existiert dann nur in unserem Kopf. Aber wenn ich nicht messen kann, mit Multimeter irgendwie Messspitzen dranhalten und sagen, ah, das ist 13,5 irgendwas, ja, Newtonmeter, dann gibt es das für den Experimentator nicht. Dann ist es irgendein theoretisches Konstrukt, so wie die Stringtheorie. Die ist nicht messbar, deswegen ist die Frage, ob sie Relevanz für die Realität hat. Aber fantasievoll jedenfalls. Ja, aber Information kann ich messen. Ich kann die Zahl angeben, so und so viel Information. Wir kennen das von den Speicherchips, diese USB-Sticks, ja, die haben jetzt bis zu einem Terabyte. Was ist ein Terabyte? Terabyte, das sind ganz viele Bits. Und was ein Bit ist, das erkläre ich jetzt mal. Und das ist die Informationsmenge, also Byte ist eine größere Einheit, das sind 8 Bit, aber ist eigentlich Bit. 8 Terabyte, das bedeutet, ne, 1 Terabyte für einen Speicherchip, habe ich jetzt gesehen. Das finde ich beeindruckend, das ist wirklich viel. Da kann ich, glaube ich, ein paar Kilometer Buchregal, also den Inhalt dieser Bücher als Text kodieren, im ASCII-Code, auf diesem Speicherchip unterbringen. Also eine ganze Bibliothek passt da drauf, also Information, nicht die Bücher selber, die Papierhaufen, natürlich nicht, sondern der Informationsgehalt der Bücher. Ja, und wie funktioniert das? Das ist die Informationstheorie von C.E. Shannon, das gibt es schon lange, und der hat sich überlegt, wie viel Information kann ich denn mit einem Zeichen übermitteln. Ja, und das ist mit einem Buchstaben aus dem deutschen oder normalen Alphabet, ja, da kann ich eben eine bestimmte Anzahl, eine bestimmte Bitzahl übertragen, aber dazu brauchen wir erstmal eine Einheit, und das ist eben das Bit. So wie der Meter für eine Länge, ne, 2 Meter ist länger als 1 Meter, und so sind 2 Bit mehr als 1 Bit. Und 1 Bit ist die Grundeinheit, und 1 Bit ist die Informationsmenge, die kleinste denkbare Informationsmenge, und zwar in einer Ja-Nein-Entscheidung. Ja, also wenn ich jetzt diesen Brief schicke, wir treffen uns morgen um 8 Uhr an der Bushaltestelle, dann kann der Empfänger antworten mit ebenfalls einem Brief oder einer SMS, Ja oder Nein. Das wäre ein Informationsgehalt von einem Bit als Antwort auf diese Frage. Und das ist im Binärcode, und die Computer, die können nur 0 und 1, also Ja und Nein ist eigentlich eine Interpretation durch uns, aber was der Computer gut kann, ist eben ein stromgetriebenes Ding, das ist wie eine Lampe, die kann ich ein- oder ausschalten, 0 und 1. 1 bedeutet an, 0 bedeutet aus. Und so ein Computer arbeitet also mit so eigentlich Spannungssignalen, und was man sehr gut als Computer, also in der Denkweise der Computer unterscheiden kann, ist eben Spannung an, High, oder Spannung aus, Low, wie Licht an, Licht aus. Und das 0,1 Ding, das ist eben die Grundeinheit. Und jetzt stellt sich heraus, dass alle Informationen im menschlichen Bereich lässt sich in einer Folge dieser Ja-Neins, oder elektrisch sind es Nullen und Einsen, also an Ausdinger, also es ist wie Bob Morsen, kurz, lang, kurz, kurz, lang, lang, kurz, also kurz gewalt als 0 und lang als 1 nehmen, also binär ist das. Es gibt nur zwei Zustände. Und in dieses ganz einfache Ja-Nein-System kann ich alle Informationen übertragen im menschlichen Bereich. Also auch ein Bild oder ein HD-Film aus Hollywood kann ich in Folgen von Nullen und Einsen kodieren. Und das ist die ganze Idee der Informationstechnologie. Das ist diese Digitalisierung oder dieses, wie nennt man das, also Digitalisierung, Umbauen von Analogsignalen, die sind viel komplizierter zu handhaben, in solchen Folgen von Nullen und Einsen. Und alles, was jetzt passiert, auch wenn man jetzt gerade dieses Video von mir guckt hier, ich bin vollkommen digitalisiert, ich bestehe als Übertragung zu dem Bildschirm, auf dem man dieses Video anschaut, nur aus einer Folge von unendlich, nicht unendlich, aber sehr, sehr viel, Milliarden von Nullen und Einsen. In bestimmter Abfolge, in der richtigen Abfolge, und der Empfänger muss das natürlich dekodieren, der Computer, und kann dann daraus ein Bild zusammenstellen. Also in dieser Abfolge von Nullen und Einsen ist eben für jedes Pixel auf dem Bildschirm, also hier sehe ich auch die einzelnen Pixel, ist angegeben, welches Pixel soll wie hell sein, also der Grauton und der Farbton, kodiert in der Intensität der drei Grundfarben. Das heißt, es ist so eine Kolonne von Nullen und Einsen, die für jedes einzelne Bit auf dem Bildschirm die Helligkeit und den Farbton festlegt. Und das gilt auch für den Ton. Ton ist doch viel weniger Bits. Ja, so kann man eigentlich alle Signale, die unsere Sinne erreichen, im Wesentlichen das Gehör und den Sehsingen, kann man mit Bitfolgen, also man muss das schon richtig, also entweder Schall oder Bilder, die wir angucken können, aber letztendlich kann ich es in Bitfolgen darstellen. Und damit ist es auch messbar. Ich kann die Informationsmenge in einem Film pro Sekunde, so und so viel Megabyte pro Sekunde, oder auch in einem Podcast, also in so einem Audio-File kann ich messen. Es sind einfach Nullen und Einsen in beliebiger Abfolge. Und dem Ganzen zugrunde liegt der ASCII-Code. Also bei den Farben nicht, aber jetzt mal bei der Tastatur. Wenn ich also auf der Tastatur eintippe, damals ging das mit den einfachen Computern so los. Die konnten also nur Tastenbefehle verstehen. Da gab es auch keine grafische Darstellung, nur so ein grünflimmerndes Ding, wo so ein Promter lang wanderte und immer an der Stelle, wo er gerade promptete, konnte ich also auf meine Tastatur drücken, Doppelpunkten A oder 3 drücken, und dann erschien die da. So fing das an. Die konnten also nur Textverarbeitung oder Symbolverarbeitung. Und da war es also notwendig, und das ist ein internationaler Standard, wobei das A steht für Amerika. Da ging das los, die haben das festgelegt. Ein Standard, eine Kodierung. Und zwar kann ich eigentlich jedes Symbol aus unserer Welt, kann ich in eine 8er Folge von 8 Nullen und Einsen kodieren. Also hier zum Beispiel die Null, da würde man jetzt denken, das sind 8 Nullen. Also einfach ist nicht 8 Nullen haben eine andere Bedeutung, sondern das ist eben einfach festgelegt, kann man beliebig wählen. Es ist 00110000, das bedeutet Null. Wenn ich also auf eine Taste auf der Tastatur drücke, dann produziert die Tastatur genau diese Bitfolge hier, 0011, also wie kurz, kurz, lang, lang, kurz, 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 und dann erscheint eine Null auf dem Bildschirm. Oder wenn ich eine A haben will, dann diese andere Folge. Also eine feste Festlegung für alle Computer, zumindestens, also im chinesischen wohl nicht, da gibt es ja andere Symbole, zumindestens für die Leute, die mit solchen Buchstaben, wie wir sie gewöhnt sind, arbeiten. Da ist das in allen Ländern so normiert. Deswegen kann man eben Computer sonst wo kaufen, aus Korea oder aus China oder aus Japan, die haben alle diesen ASCII-Code. Und ich kann auch beliebige Tastaturen an meine Computer anschließen. Das ist eine Festlegung und es sind diese Nullen und Einsen. Das bedeutet aber, jedes einzelne Digit hier repräsentiert ein Bit. Also es kann entweder 0 oder 1 sein. Das heißt, ich kann alle Symbole mit 8 Bit kodieren. Da kann man natürlich fragen, wieso sind das denn 8 Bit? Ich habe doch bloß 26 Buchstaben im deutschen Alphabet, also im normalen Alphabet. Da gibt es auch die Üs und die Ös und so. Okay, aber das sind jedenfalls nicht 256. 256, denn ich könnte mit 8 von diesen 0-1er-Dingern kann ich insgesamt 256 verschiedene Zeichen, es gibt also 256 Kombinationen, 8 Nullen und Einsen zu kombinieren. Das geht los bei 8 mal die 0 bis hin zu 8 mal die 1. Also da gibt es 256 Möglichkeiten. Es sind ein Haufen Symbole. Sind da die chinesischen dabei? Nee, also es geht erstmal damit los, dass wir für jeden Buchstaben ja einen Groß- und einen Kleinbuchstaben haben. Da brauchen wir also schon mal doppelt so viele wie die 56. Und dann gibt es ja auch noch Sonderzeichen. Also Doppelpunkt, Punkt, Ausrufungszeichen, das Eurozeichen und so weiter. Deswegen brauchen wir insgesamt 8 Bit, um ein Symbol alphanumerischen Charakter da zu charakterisieren und die Sonderzeichen. Und damit funktioniert das. Aber das ist nur der Ansatz. Ich kann das auch mit Bildern machen. Ich kann Bilder pixeln in einzelne Pixel mit einer bestimmten Auflösung. Je höher die Auflösung ist, umso besseren Kontrast, Grautöne und so was habe ich. Also 4K zum Beispiel oder Ultra High Density, das sind dann 8K. Das sind dann wirklich viele Pixel und dann ist es fein aufgelöst und sieht für unsere Augen gut aus. Aber es besteht aus einzelnen, diskreten Punkten und für jeden Punkt wird der Helligkeitswert und der Farbwert übermittelt. Infolge solcher Punkte. Und natürlich ein HD-Bild, das besteht aus ganz vielen Punkten. Da muss ich eben ganz viele Daten, Megabytes pro Sekunde übertragen. Sonst dauert es Ewigkeiten, bis ich auf meinem Bildschirm, also schlechter Übertragungsgeschwindigkeit, bis ich auf meinem Bildschirm das Bild dann nun immer endlich aufgebaut habe. Auf jeden Fall praktisch alle Informationen, Sprache, Musik, sonst was oder auch einfache Sachen, wie jemand sagt, mit dem Weg zum Hauptbahnhof sind es 4 Kilometer, das sind so ungefähr 10 Bit, die da übertragen werden. Ich kann das alles umrechnen in Bits, ja, im menschlichen Bereich. Bis auf Gerüche übrigens. Also Gerüche, aber das geht auch. Aber dazu müsste man wissen, wie die Nase funktioniert. Das ist ja ein chemischer Analysator. Bisher ist das nicht gelungen, es war vielleicht auch kein Bedarf, aber ich könnte Gerüche wahrscheinlich auch digitalisieren. Gut, bei Farben ist es jedenfalls gelungen, das war jetzt nicht so schwierig. Gut, also ich kann Informationen messen, damit würde ich als Experimentator erstmal sagen, gut, die gibt es. Also alles, was ich messen kann, gibt es nochmal. Das ist natürlich, ich meine das jetzt nicht so ernst, aber wenn ich es messen kann, bin ich erstmal zufrieden. Da habe ich eine bessere Hand, also es ist mehr greifbar, was Information eigentlich ist. Jetzt möchte ich einen kleinen Ausflug machen in meinem Buch. Achso, das habe ich am Anfang vergessen zu erklären. Ja, ich wollte hier einige Sachen aus meinem Buch, das ist ein neueres von 2018, nicht das neueste, sondern das zweitletzte. Das Gesetz der Herde von Primaten, Parolen und Populisten, Macht und Unterwerfung bei Mensch und Tier. Ja, da geht es da so um unsere Neigung, Diktaturen aufzubauen, anderen Menschen zu erzählen, was sie zu tun und zu lassen haben. Das ist ganz tief programmiert in unserem Sozialverhalten, noch aus der Steinzeit. Ja, wir würden gerne anderen Leuten vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Deswegen diese ständige Neigung abzukippen in eine Diktatur, in ein autoritäres System. Ja, aber in diesem Buch beschäftige ich mich auch ziemlich viel mit Informationen, weil eigentlich ist diese Fähigkeit des Menschen zusammenzuarbeiten, egal in was für einer Gemeinschaft, diese Zusammenarbeit. Nicht der einzelne Mensch oder auch die Primaten im Urwald, unsere Vorfahren, sagen wir mal die Schimpansen, der einzelne Mensch hat keine Chance ganz alleine. Wenn man mich jetzt irgendwo im südamerikanischen Urwald abwirft und ich habe nichts außer mich selber, da lebe ich nicht lange. Wir hatten eine Gemeinschaft, da können wir dann ein Dorf bauen, einen Wald drumherum bauen gegen Angreifer und so. Wir sind stark in der Gemeinschaft und deswegen haben wir auch ein Bewusstsein, also Intelligenz, weil Bewusstsein, Intelligenz und vor allen Dingen Kommunikation. Ja, da sind wir bei der Information. Kommunikation, Transfer von Information, sich verabreden, morgen früh um acht gehen wir zusammen auf die Jagd. Wir gehen zusammen auf die Jagd. Riesenüberlebensvorteil, das wird hier auch drin beschrieben. Diese Kommunikation für den Menschen ist für den Aufbau einer Gesellschaft und in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft, das ist ein gewaltiger Überlebensvorteil. Dadurch hat sich das aufgebaut. Okay, jetzt also Ausschnitte aus meinem Buch. Und zwar als erstes, also ein Teil in meinem Buch ist diese fünf Revolutionen der menschlichen Kommunikation. Und Kommunikation sehe ich jetzt mal an als den Transfer von Information von einem Individuum zum anderen. Also Wissenstransfer, Kommunikation, Information. Und die erste Revolution gegenüber den Tieren war die Sprache. Also ich versuche ein einfaches Bild der Entwicklung, der Kommunikation zwischen Menschen zu entwickeln. Also gegenüber Tieren jetzt. Und dieses Ablösen vom Tier ging eigentlich mit der Sprache los, wenn man so will. Also es gibt noch Vorläufe, es gibt so eine Ursprache, das sind so Grundlaute, die alles Mögliche bedeuten. Aber es ging eigentlich los von 50.000 Jahren oder mehr. Es ist nicht so ganz klar. Es ist eigentlich überhaupt nicht klar, wann das mit der Sprache losging. Aber sagen wir mal mehr als 50.000 Jahre. Da haben wir die Sprache entwickelt und dann konnte man auf einmal ziemlich klar sagen, was Sache ist. Achtung, Säbelzahntiger in fünf Meter Entfernung von rechts, Annäherungsgeschwindigkeit 60 Stundenkilometer. Ja, das kann man mit Sprache machen und der Angesprochene wird sicherlich sofort nach links flüchten. Sinnvollerweise oder jedenfalls irgendwas machen, ja. Währenddessen, wenn ich da nicht Säbelzahntiger sagen kann, sondern auch nicht die Entfernung und gar nichts, sondern nur Ja, dann wird der andere sagen, was hast du denn? Ja, und dann sind wir beide tot, weil der Säbelzahntiger ist dann schon da. Also es ist schon gut, wenn man mit irgendwelchen Begriffen sich, also mit Sprache artikulieren kann, was man eigentlich will. Und das ist also Zusammenarbeit, Kommunikation als Überlebensfaktor, weil man sich gegen Säbelzahntiger eben auch nur gemeinsam verteidigen kann. Alleine hat man keine Chance. Und dann Aufbau einer Kultur und Überlieferung. Überlieferung, also Tradition als gemeinschaftsbildend. Da ist es schon gut, wenn man eine Sprache hat und die Überlieferung geschah zunächst mal nur mündlich. Also der Opa hat den Enkeln irgendwas erzählt damals, da wurde die Welt erschaffen von irgendjemandem. Und das merkt sich dann, dass das kulturelle Gedächtnis war also nur im Gedächtnis der einzelnen Individuen und wurde immer weiter über die Sprache gegeben. Aber immerhin, es gab eben ein Gedächtnis. Die Menschen hatten ein Gedächtnis und konnten sich merken, was ihre Eltern ihnen erzählt haben. Oder auch eine Ausbildung, ja, Töpferei zum Beispiel. Wie geht das denn, wenn ich jetzt aus Ton irgendwas fabrizieren will, einen Eimer oder einen Topf und den muss ich brennen. Und dann kann eben, können die ältere Generation den Jüngeren erklären, also hört mal, wir haben da was rausgefunden, wenn ihr Ton nehmt. Und Ton findet ihr da und formt den und dann legt ihr den ins Feuer. Dann ist das hinterher ein vernünftiger Topf, mit dem ich Wasser holen kann. Also so ist Wissenstransfer mit Sprache. Ja, da brauche ich Begriffe wie Topf und Ton. Ja, und dann geht es eben weiter mit Handel und Arbeitszahlung. Ich kann mit Sprache eben beim Bäcker 30 Brötchen bestellen. Ja, 30 Brötchen. Ja, ich kann das natürlich auch zeigen. Ich kann auch die Brötchen zeigen, wenn ich da also nicht sprechen kann. Ich meine, ich bin im Ausland. Ja, Brötchen, okay, Brötchen. Und dann 30. Ist ja 30 schon blöd, weil ich habe ja nur 10 Finger. Dann kann ich so dreimal so zeigen. Und dann kommt der Bäcker möglicherweise auf die Idee, dass ich damit 30 meine. Okay, aber Sprache ist natürlich schon gut. Man kann Guten Morgen sagen, Guten Morgen, Herr Müller. Ich hätte gerne 30 Brötchen. Und schon ist es viel harmonischer. Also Sprache ist auch gemeinschaftsbildend. Aber man braucht es einen konkret für Handel und Arbeitsteilung. Also arbeitsteilige Gesellschaften wie Bäcker und Müller und Maurer, das geht ohne Sprache nur ganz schlecht. Und dann, was auch wichtig ist, Individuen in der Gruppe, auch in so einem Urstamm der Steinzeitleute, die mussten Namen haben. Soweit sie Namen hatten, waren sie identifizierbar. Man wusste, mit wem man befreundet ist und so. Also Namen in der Sprache sind sehr, sehr wichtig für die Gemeinschaftsbildung. Also Sprache haben wir seit 50.000 Jahren und mehr. Entstehen der Sprache findet man ganz unterschiedliche Informationen. 40.000 Jahre steht in irgendwelchen Lehrbüchern drin, keine Ahnung, wie die da drauf kommen. Oder 1,5 Millionen Jahre. Es gibt solche Indizien, die Dicke des Nervenkanals zur Zunge. Weil das sieht man in den Knochen, das sind ja Fossilien. Wenn der zu dünn ist, dann konnten die nicht sprechen. Ja, ich weiß nicht, ob die Dicke eines Nervenkanals so ausschlaggebend ist. Also es kommt ja auch drauf an, wie grob die Nervenstruktur ist. Aber okay, nehmen wir an, er ist dünn und da konnten die nicht reden. Und da konnte der Neandertaler aber auch reden, weil da ist der Nervenkanal auch ziemlich dick. Hm, also da wissen wir immer noch nicht, warum der Neandertaler ausgestorben ist. Vielleicht waren die also auch beretsam. Na gut, und Zunahme des Wortschatzes. Ich denke, es ist, also das wäre so meine Vorstellung, dass der Wortschatz die ganze Zeit zugenommen hat. Denn auch andere Tiere haben Laute, die bestimmte Bedeutungen haben, aber eben nur wenige Laute. Und das haben wir ja heute auch, dass es bestimmte superintelligente Sprachwissenschaftler oder so gibt. Die haben einen ganz großen Wortschatz. Die wissen ganz viele Worte, von denen ich noch nie was gehört habe. Währenddessen Leute, die jetzt meinetwegen nicht in so einer hochintellektuellen Umgebung sind, die brauchen auch gar nicht so viele Worte. Die haben das Talent, sich mit wenigen Worten auszudrücken. Aber ich vermute mal, dass der Wortschatz, also die Menge an Beschreibungen, also was man beschreibt, eher mal von konkreten Sachen wie Apfel und Baumstamm, ja, das brauchen wir halt jeden Tag im Urwald, bis hin zu solchen abstrakten Worten wie Information. Ja, Information, was das bedeuten könnte, das finde ich ja eigentlich immer noch schwierig. Also abstrakte Begriffe. Das hat sich langsam gesteigert, so ein linearer Übergang. Und vor drei Millionen Jahren hat sich eben das Gehirn des Homos, der Homoline, plötzlich angefangen, sehr stark zu vergrößern. Und zwar in so einem gleichmäßigen Prozess. Und das heißt, da hat die Sprachfähigkeit wahrscheinlich immer mehr zugenommen. Wobei die Primaten, also die Schimpansen zum Beispiel, können nicht sprechen, mangels Mechanismus um Muskeln und so. Das geht gar nicht. Aber sie können sich trotzdem unterhalten mit Zeichensprache. Naja, also wahrscheinlich eine langsame Zunahme des Wortschatzes und auch komplexere Begriffe, überhaupt diese Laute alle bilden zu können, ja. Aber es gibt es auch bei Meerkatzen als Beispiel, hier, ich lese es mal vor, eine Affenart, eine Meerkatze. Das sind nicht Katzen, auch nicht Meer, also es ist einfach eine Affenart. Die heißen eben Meerkatzen. Besitzen verschiedene Warnrufe für unterschiedliche Feinde. Also es ist nämlich schon gut, wenn man weiß, ob der Feind von oben oder von unten oder von der gleichen Ebene kommt. Je nachdem, ob sich ein Leopard, also auf unserer Ebene, da wäre es eine Idee, auf einen Baum hochzurennen, oder ein Adler, das ist oben, das wäre nicht so gut, auf einen Baum hochzurennen, flüchten die Tiere entweder die Bäume hinauf oder verstecken sich im bodennahen Gebüsch. Also wie gesagt, bodennahes Gebüsch wäre was für Adler. Und wenn ein Leopard kommt, dann eher auf die Bäume rennen. Deswegen wichtig, dass man verschiedene Warnlaute hat für Adler und für Leoparden. Und man sieht sofort ein, dass die, die das zum Beispiel verwechselt haben, dass die möglicherweise, ja die gibt es eben heute nicht mehr. Also das ist diese Idee mit der Auslese, in diesem Fall dessen, der besser reden kann. Also Sprache. Erste Revolution, Abtrennung vom Tier. Zweite Revolution, da geht es dann endgültig vom Tier weg, weil Tiere können auch so ein bisschen reden, die Meerkatzen. Zweite Revolution, Schrift. Vor 5500 Jahren ging es los mit der Schrift, zumindest gibt es so alte Artefakte, nämlich hier solche Tontapeln, da haben die was eingeritzt. Und das war für den Handel wichtig. Aber wenn man nur Sprache hat, ja, dann bestellt man per Telefon beim Bäcker die 30 Brötchen und sagt, die kosten ja bloß 15 Cent das Brötchen. Das ist dann, oder sagen wir 10 Cent, das sind dann 3 Euro für 30 Brötchen. Ja, wäre natürlich günstig. Ja, hat man bestellt, ne, per Telefon, da kommt der Bäcker an, der liefert das und sagt, ja, hier habt ihr auch eure 65 Euro, äh, 65 Brötchen und jedes Brötchen kostet 1 Euro, das sind also 65 Euro. Ja, dann sagt ihr, ne, hab ich doch gar nicht bestellt, ich hab doch nur die billigen Brötchen für 10 Cent bestellt und auch bloß 30. Dann, ne, stimmt gar nicht, du hast ja was anderes bestellt. Schon gibt es Streit, weil es nur mündlich verabredet wurde. Deswegen war es für den Handel absolut essentiell notwendig, die Schrift zu erfinden. Man musste schriftlich was vereinbaren und dann hat man das unterzeichnet, einen Vertrag gemacht und dann war klar, was ich bestellt habe. Für Handel ist Schrift notwendig und das ist auch so. Das waren erstmal hier solche Piktogramme, ja, also das sieht aus wie eine Hand, wird wahrscheinlich auch Hand bedeuten. Das ist noch dicht an der Symbolsprache dran, aber das war die Notwendigkeit, Handel eben für den Handel, äh, Schrift für den Handel zu erfinden. Und das ist etwa vor 3500 Jahren, ein bisschen unterschiedlich von Kultur zu Kultur, ist das eben hier, die Sumerer waren das, da ist das entstanden. Und das ist eines der, oder vielleicht das älteste Artefakt, was man Schrift nennen kann, wenn man so will, this may be the earliest known writing. Also das früheste bekannte Schreiben hier und das findet man auf Wikipedia und hier ist der Autor von dieser, von dieser Fotografie hier. Ja, haben wir die Schrift erfunden. Eben, also wichtiger Baustein, um eine Kultur aufzubauen. Dann ging es weiter, wir sind jetzt viel dichter an der heutigen Zeit, 1450 nach Christus, Anno Domine, China, sehr viel früher, allerdings hat sich die Technik, das waren so Holztafel-Druck, hat sich nicht so richtig durchgesetzt, währenddessen Gutenberg mit diesen Bleibuchstaben da losgelegt hat. Das war 1450 und da sind wir wirklich bei einer wichtigen Sache, denn man hatte damals zwar schon die Schrift, schon tausende von Jahren lang, aber immer nur eine Version. Und beim Handel, wenn man so eine Vereinbarung macht, dann möchte man ja gerne eine Kopie haben oder so, dann muss man das immer abschreiben. Also abschreiben macht man ja in der Schule ab und zu, in Klassenarbeiten, aber ansonsten schreibt man nicht in der Buchhandlung ein Buch ab, um es dann mit nach Hause zu nehmen, sondern man kauft sich ein Buch, von dem es ganz viele identische Kopien gibt, die in Massenproduktion hergestellt werden können. Und das war Gutenberg, der hat diese Massenproduktion erfunden. Und das hat unsere Gesellschaft nochmal drastisch verändert. Und heute ist es so, wenn man keine Bücher liest, keine Bildung hat, so eine Gesellschaft ohne Bildung hat im Konkurrenzkampf der Systeme, der Gesellschaften auch keine Chance. Wir müssen lesen können, wir brauchen Bildung und nur wenn wir hochgebildet sind, technologische Innovationen entwickeln können. Das hat was mit Studieren zu tun und das hat was mit Büchern und Bücherverfügbarkeit zu tun. Dann haben wir im Konkurrenzkampf der Systeme, das gibt es nämlich, wir haben Konkurrenzkampf der Systeme, haben wir eine Chance. Nach wie vor heute auch noch. Also Buchdruck. Und da gab es dann erste Flugblätter. Und bei Flugblättern hat man den gleichen Effekt wie heute bei den sozialen Medien. Und zwar gab es eben auch schon Fake News. Da stand was Falsches auf dem Flugblatt. Ja, jetzt hatten die natürlich alle keine Ahnung da in dieser Zeit des späten Mittelalters, haben Flugblätter gelesen und der Bauer Müller und der Nachbar Egon, die haben ein gleiches Flugblatt gelesen. Und da steht drauf, dass eben der Guru sowieso hat fliegen gelernt. Sensation, ne? Und dann sagt der Bauer Emil zu mir, ja, hör mal, der Guru sowieso, der hat fliegen gelernt. Ist das nicht klasse? Und dann sage ich, nee, glaube ich nicht. Und dann kommt der Meier von nebenan, ey, dieser Guru, der hat fliegen gelernt. Ja, habe ich auch schon gehört von dem Meier, der hat das auch gesagt. Aber wird es wohl stimmen? Also wenn man es oft genug hört von verschiedenen Seiten und verschiedenen Bekannten, dann erlangt es Wahrheit. Weil man denkt, wenn so viele Leute das Gleiche meinen, dann wird es wohl stimmen. Und das passiert jetzt im Internet auch, ne? Man muss nur oft genug hören, dann glauben die Leute es. Es ist allerdings nur eine Quelle, nämlich irgendjemand, der dieses Flugblatt geschrieben hat und es dann verteilt hat. Fake News. Gibt es auch schon, äh, gab es schon vor 100 Jahren. Okay, also, das ist ein neues Tool, verbreitet die Bildung ungeheuer, aber es ist auch gefährlich. Mit Flugblättern kann man auch Menschen aufhetzen oder sowas. Ja, also es hat sich eigentlich nicht geändert gegenüber der heutigen Fragestellung. Jetzt sind wir schon bei der vierten Revolution. Fünf sind es, wir sind ja also gleich durch. Vierte Revolution, Radiowellen, habe ich mal zusammengefasst. Man kann Radio hören, also drahtlose Übertragung von Stimme und noch besser eben mit Bild. Und das gibt es noch nicht so lange. Die Radiowellen selber hat man da vor 880 oder sowas entdeckt, Maxwell-Gleichung. Und dann Radio ab 1900, da konnte man Radio hören, Volksempfänger. Ja, Hitler ist das, ne? Ja, übel, übel. Eben, Missbrauch ist ja immer möglich mit sowas. Und dann auch mit Bildübertragung per Funk ab 1930. Also nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann mit dem Fernsehen so richtig los. Und hier ist so ein Bild aus dem Archiv des Smithsonian-Instituts. Das ist wieder Wikipedia, ne? Kann man nachgucken, hier ist die Quelle. Und da gibt es Wladimir Zvorkin. Das ist ein Entwicklungsingenieur von Westinghausen, Elektrokonzern aus der damaligen Zeit. Den gibt es heute nicht mehr. Die haben als Erste hier mit so einer Kathodenstrahlröhre Bilder übertragen mit Funkwellen. Da ging das los mit dem Fernsehen. Und das Fernsehen ist ja heute für unsere Gesellschaft absolut bedeutsam. Ja, also jetzt guckt ja jeder, guckt immer mal die Tagesschau, wird informiert. Ja, da weiß man, was los ist. Und das ist ja nicht mehr wegzudenken. Ja, also das gibt es, das war die vierte Revolution und man kann mit seinem Onkel in Amerika telefonieren. Früher musste man einen Brief schicken. Das hat drei Monate gedauert mit Segelschiffen, bis er mal den Brief bekommen hat. Da war er vielleicht schon wieder umgezogenes Sein. Und die letzte Revolution, die hatten wir gerade hinter uns gebracht oder die ist noch ongoing. Die passiert noch, das ist das Internet. Und da war es erstmal erforderlich, dass man Computer hat. Okay, Computer haben wir jetzt. Und die mussten miteinander kommunizieren. Und damit auch Computer auf unterschiedlicher Hersteller miteinander kommunizieren können, brauchte man einen Code, also diese Nullen und Einsen, der für alle Computer gleichermaßen gilt, damit die sich gegenseitig verstehen. Und das gibt es seit dem 01.01.83. Da wurde, ich glaube, auch wieder in Amerika ein Code festgelegt, ein Protokoll von Signalen, die man versendet, um zum Beispiel ein Textdokument von einem Computer zum anderen zu schicken. Und das ist das TCP-IP-Protokoll. Das wurde da festgelegt. Das ist sozusagen eine Sprache, die alle Computer sprechen. Und damit war das Internet geboren. Überhaupt erstmal technisch möglich. Und dann waren natürlich noch wichtige Entwicklungsschritte dieses Smartphones. Das heißt, jeder Bürger kann sich so ein Smartphone nehmen und kann da sogar Filme angucken. Das beruht aber auf so einem gemeinsamen, einheitlichen Protokoll. Sonst könnten die gar nicht alle miteinander kommunizieren. Und dann gibt es eben neu nochmal die sozialen Medien auf der Basis des Internets. Und das ist, die sozialen Medien, Facebook und so weiter, Twitter, was es da alles gibt, das ist wirklich eine Revolution. Weil das ist nochmal eine neue Qualität, nach meiner Meinung. Und zwar, also wir sind immer noch bei Information. Information als die Möglichkeit, dass Individuen aus einer Gesellschaft zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten, immer komplexer, immer besser zusammenarbeiten. Aber eben auch immer mit Gefahren. Das ist eine neue Qualität. Das will ich mit diesen Netzen mal illustrieren. Und zwar hatten wir vorher, also vor dem Internet, hatten wir große Zentralen. Also das waren die großen Sender wie ARD und ZDF in Deutschland oder SRF. Die haben abends die Tagesschau gebracht. Und was da drin gebracht wurde, das frisst oder stirbt. Das war eben, was anderes hat man nicht. So, das war es. So, ja, Tagesschau. Ja, und auch die großen Tageszeitungen. Da hat man also die Bild-Zeitung gelesen. Das haben dann sehr ziemlich viele Leute oder den Blick in der Schweiz und so weiter. Also man hat Punktquellen und die Empfänger haben das aufgenommen, aber konnten selber eigentlich noch nicht mal einen Kommentar abgeben. Die haben gedacht, ja, so ist es eben. Also das ist die Konsumentenhaltung. Und das Internet hat das geändert. Jeder Bürger kann selber versuchen, einen Blog aufzubauen oder wie mein Video hier. Das mache ich jetzt. Ich mache das jetzt gerade. Ich mache Videos über meine Vorlesungen. Also dieses Video ist jetzt nicht Teil der offiziellen Vorlesungen, sondern eine Fortsetzung eigentlich der Astrophysik. Da sind wir jetzt ganz schön weit weggekommen. Der Astrophysik-Vorlesung. Aber jeder Bürger kann Videos machen. Er kann auf Facebook Nachrichten verschicken an möglichst viele Leute. Wie man möglichst viele erreicht, ist dann so ein bisschen trickreich. Aber es ist wirklich demokratisch. Multidirektional. Es ist nicht mehr eine monopolistische Sache. Einzelner punktuellen Großquellen, von denen man die Informationen zugeschickt bekommt. Und da kann man jetzt eigentlich nicht viel machen, als einfach nur andächtig zu lauschen. Jetzt kann ich auch senden. Ja, es ist jetzt für die Machthaber wahrscheinlich ziemlich nervig. Deswegen sind die meisten Diktaturen nicht so begeistert von den sozialen Medien. Weil ja die Opposition plötzlich an den Großmedien, die teilweise durch totalitären Systemen kontrolliert werden von der Regierung. Deswegen schalten die immer gerne das Internet ab oder versuchen es zu zensieren. Das ist eine Sache. Es ist eigentlich demokratisch, aber es ist auch eine Gefahr. Und zwar das Abkapseln von Subgesellschaften. Wenn ich jetzt so eine exotische Meinung habe, zum Beispiel, dass ein Guru fliegen kann, dann gucke ich mir im Internet, gucke ich mir auch nicht mehr die normalen Tagesschauern oder sowas an, sondern ich gucke mir im Internet eben nur Blogs an, die sagen, Gurus können natürlich fliegen. Dann werde ich bestätigt in meiner Meinung und bin dann nur noch zu Hause in so einer Subkultur, die sich so eine Scheinrealität, also Gurus können nicht fliegen, so eine Scheinrealitätsart zurechtbasteln. Das ist eine Gefahr. Insgesamt ist dieses Internet ein neues Werkzeug einer noch weitergehenderen Kommunikation, hat gewaltige Chancen, aber auch Gefahren. Und wir müssen jetzt mit etwas Verzögerung lernen, damit umzugehen. Aber eigentlich ist es eine Weiterentwicklung der Kommunikation, des Informationsaustauschs zwischen Individuen und gibt noch mehr Chancen, eine noch bessere, noch vielschichtigere oder gerechtere Gesellschaft aufzubauen. Wenn wir jetzt lernen, damit umzugehen. Also ich finde es erstmal eine tolle Sache. Wir haben jetzt die fünf Revolutionen der menschlichen Kommunikation. Also es geht ja um Information in diesem Video. Und Kommunikation ist der Transfer von Information von einem Menschen zum anderen. Sprache 50.000 Jahre, Schrift vor, also bei 3.500 vor Christus, also insgesamt vor 5.500 Jahren. Buchdruck vor 570 Jahren, Radio und TV 120 Jahre. Und Internet gibt es ja erst seit 20 Jahren. Eine enorme Entwicklung gerade in der letzten Zeit. Und da kann man natürlich jetzt fragen, kommt da noch ein Punkt 6? Was kann denn da jetzt noch kommen? Gedankenübertragung, also was darf man gar nicht sagen, da verliert man schon wieder seinen guten Ruf als Wissenschaftler. Aber es gibt schon so Hauben zur Gedankenkontrolle von Computern. Also so ganz daneben ist das nicht. Also da gibt es vielleicht noch weitere Revolutionen, die wir uns heute nicht vorstellen können zur Kommunikation. Kommunikation als Austausch von Information zwischen denkenden Wesen. Voraussetzung ist Verstehen. Ja, also ich kann mir ein chinesisches Fernsehen oder eins aus irgendeinem anderen Land, was ganz anders spricht, angucken. Also Schweiz zum Beispiel, Schweizerdeutsch, da versteht man auch nichts mehr. Ja, und dann hilft es irgendwie nichts. Da kann man auch die Bilder gucken, das war es. Also man muss es verstehen, was gesagt wird. Also der Code, der die Bedeutung transferiert, muss für Sender und Empfänger in beiden Richtungen verstehbar sein. Es muss eine Vereinbarung sein. Ja, das waren jetzt meine fünf Revolutionen der Information in dem klassischen Begriff Information als Wissenstransfer zwischen denkenden Wesen. Aber wir werden jetzt sehen, dass eben Information und Wissen, aber Information vor allen Dingen ist keineswegs auf den menschlichen Bereich beschränkt, sondern geht in die ganze Biologie. Es ist nämlich Wissenstransfer zwischen Lebewesen. Da gibt es keinen wirklichen Unterschied im Wissenstransfer zwischen denkenden Menschen und zwischen Lebewesen. Also Schimpansen im einfachsten Fall, aber es geht bis zu den Bakterien. Und das will ich jetzt im Folgenden erläutern. Im Folgenden geht es um das Aufbohren des Begriffs Information und Wissenstransfer weg von den Menschen hin zu Lebewesen, eine Verallgemeinerung. Ja, dann sind zunächst mal unsere nächsten Verwandten gefragt. Das sind die Schimpansen. Ich lese das hier mal vor, das ist ein Bild und auch ein Stück Text aus meinem Buch, das Gesetz der Herde. Schimpansen sind die nächsten Verwandten des Menschen. Ähnlich wie die frühen Menschen leben sie in Stämmen zusammen. Sie gehen gemeinsam auf die Jagd und verteidigen ihren Stamm gemeinsam gegen Raubtiere. Ein Schimpanser alleine in seinem natürlichen Umfeld, also im Urwald, der lebt drei Tage und dann ist er tot. Oder nur einen Tag. Jede Menge Fressfeinde. Aber gemeinsam haben sie gute Chancen. Ähnlich wie Menschen führen sie Kriege gegen Nachbarstämme von Schimpansen und Territorien und Ressourcen, also Kriege um Territorien und Ressourcen mit oder gegen ihre Nachbarn. Also doch sehr ähnlich und sie können deswegen kommunizieren. Da gibt es dieses verblüffende Foto hier. Die sehen ja wirklich so aus, als würden sie gerade zusammen palabern. Und es gibt auch einen sehr intelligenten Schimpansen oder eine Schimpansin, die die ganze Zeit bei Menschen gelebt hat. Und da gibt es möglicherweise so ein Abbilden des Verhaltens von Menschen, die ja ständig miteinander reden. Auch auf das Verhalten von so Schimpansen, die auch zur Geburt schon, also von Beginn an bei Menschen gelebt haben. Diese Schimpansin Lucy war wohl eine der intelligentesten, so eine Art Einstein bei den Schimpansen. Und sie konnte sich mit Zeichensprache verständigen und zwar mehr als 100 Begriffe. Also sie konnte wie Wasser oder Vogel und sowas, konnte sie in der Zeichensprache symbolisieren. Von Kierkopf her und so weiter sind sie nicht in der Lage, komplexe Laute zu äußern. Aber mit der Zeichensprache war klar, dass sie ähnlich wie stumme Menschen, die sich ja doch mit Zeichensprache verständigen können, dass sie dazu in der Lage sind. Es ist also nicht so, dass Tiere nicht sprechen können. Also diese erste Revolution des Menschen, die geht weiter zurück als die Abkopplung des Homo-Stamms, Homo-Sapiens oder diese Vorfahren des Homo-Sapiens als die Abkopplung von den Primaten. Das gab es auch schon bei den Primaten oder gibt es dort. Also sprechen die Verständigung über Zeichensprache oder über Laute. Ja, jetzt gehen wir mal weiter. Wir können eine ganze Menge Tiere nennen, also Vögel, Pfeifen zum Beispiel. Das Morgenkonzert hat bestimmte Bedeutung, hat eine Funktion, Signale an die anderen Artgenossen oder Artgenossinnen eigentlich konkret. Gehen wir mal runter zu den Insekten. Also ich mache jetzt relativ große Sprünge. Die Kommunikation im Tierreich kann man also in allen möglichen Beispielen erklären. Ein Beispiel, was mich so doch fasziniert hat, ist der Tanz der Bienen im Bienenstock. Die wollen vermitteln, mitteilen ihren Artgenossen, den Bienen, wo gibt es denn jetzt Futter? Also Futter ist hier, das ist ein Wikipedia-Bild, auch hier unten ist die Quelle angegeben. Das ist diese Blume, also Nektar oder sowas. Und die machen das mit so einem Tanz. Und zwar machen sie so einen Schlängel-Tanz mit einem starken Brummlaut in so einem Schlängel-Ding. Und die Richtung hier, das ist der Winkel Alpha, relativ zum Sonnenstand, gibt also an, Winkel in diesem Bienenstock am Eingang, in welche Richtung sie zu fliegen haben, also wo sie das finden. Und die Länge dieses Kurses hier, also die zeitliche Länge, eine Sekunde entspricht ungefähr einem Kilometer, gibt an, welche Distanz. Also Richtung und Distanz mit einer so endlichen Genauigkeit, das ist nicht beliebig genau, das ist also nicht die Entfernung ist 1,3567 Kilometer und 26 Zentimeter, sondern so ungefähr. Also 1 Kilometer oder auch 1,2 Kilometer und die Richtung eben braucht so ungefähr. Und das haben jetzt so Informationstheoretiker analysiert und da wird eine Information vermittelt von 7 Bit. Also das reicht aus, um so ungefähr die Richtung und ungefähr die Entfernung den Artgenossinnen der Bienen mitzuteilen. Und diese Berechnung hier, die findet sich in so einem Buch hier, Powers of Two von A.E. Valentin hier. Und zwar auf Seite 104 habe ich das. Da ist auch dieses Bild, aber das Bild sprang wohl ursprünglich aus Wikipedia. Wikipedia, also diese Bienen kommunizieren mit so Tanz, also Zeichensprache, wenn man so möchte. Auch da ein Informationstransfer und die Nachbarbienen, die verstehen das. Also die könnten genauso gut das auch in Worten erklären, aber sie können eben nicht sprechen. Also dass Informationstransfer nur auf Menschen begrenzt ist, das stimmt überhaupt nicht. Wir sind jetzt bei den Bienen bei Insekten, das sind jetzt keine super hochentwickelten Lebewesen. Jedenfalls bilden wir Säugetiere uns das mal ein, dass Insekten so ein bisschen rückständig sind. Ja, gehen wir mal ganz runter. Jetzt sind wir auf der Ebene der Bakterien. Also das ist noch unterhalb unserer Zellebene, also eukaryotische Zellen. Das sind die Zellen, aus denen wir bestehen und auch andere Säugetiere. Das sind hochentwickelte Zellen, die sind im Vergleich zu diesen Bakterien riesengroß und super kompliziert und können ganz viele Sachen. Und so ein Bakterium wie dieses E. coli hier, nee, das sind andere, das sind Heubacillen, Bacillus subtilis heißen die. Die sind jetzt viel kleiner als eine normale Körperzelle von uns und sicherlich nicht so kompliziert aufgebaut, aber sie kommunizieren auch. Ja, man würde ja denken, so ein Bacillus, der ist einsam und alleine im Weltall und weiß weder vom Weltall noch von seinen Artgenossen irgendwas. Das stimmt aber nicht. Man sieht hier nämlich diese Verbindungsröhren. Die kommunizieren chemisch über den Austausch von Signalsubstanzen über solche Kanäle. Und sie können zum Beispiel eine Immunität, nehmen wir an, ein Bacillus hat über die harte Tour, in dem es eben als eines von wenigen nicht gestorben ist, ist es resistent gegenüber einem Antibiotikum. Und diese Resistenz ist kodiert in der RNA des Bacillus, also in der Erbsubstanz. Und das kann diesen Strang, wenn das so ein separater Strang ist, durch so eine Nanoröhre an das Nachbarbacillus übertragen. Das ist dann geimpft, das ist so eine Art Impfung. Dann ist das auch immun gegen das Antibiotikum. Das machen diese Viecher, also die kommunizieren auch mit chemischen Signalstoffen. Also ich lese den Text hier mal vor. Kolonie von Heubacillen auf einer Aga-Aga-Kultur, also so eine Nährfläche aus dem Labor. Viele der Einzeller sind über Nanoröhren verbunden, durch die Nährstoffe und Informationen, Botenmoleküle, informationstragende, 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 informationstragende Botenmoleküle ausgetauscht werden können. Und, ich habe das ein bisschen mehr gelesen, da gibt es auch Fake News. Ja und zwar gibt es Raubbakterien, die sind glaube ich ein bisschen größer, die können auch so einen Kanal ausbilden und klopfen an. Also das funktioniert so, dass ein Bacillus bildet so eine Röhre aus und die hat vorne so bestimmte Eiweißmoleküle, Schlüsselmoleküle, klopfen an der Zellhaut des Nachbarbacillus an und das öffnet sich dann freundlicherweise, wenn das die richtigen Schlüsselmoleküle hat. Ja und jetzt gibt es feindliche Bakterien, die können das auch und haben auch die richtigen Schlüsselmoleküle und das friedliche, also normale Bakterium öffnet sich dann also und schließt diesen Nanokanal an seine Zelle an und dann wird es leer gesogen. Also sowas gibt es und das heißt, hier wird also so getan, als wäre man freundlich und wollte irgendwas Nettes mitteilen. Das ist wie die Warnung, die heute von der Universität gab, dass wir SMS-Nachrichten, wo man einen Link auf seinem Handy anklicken soll, dass man die auf jeden Fall sofort löscht und auf keinen Fall diesen Link anklickt, weil dann irgendein Virus auf dem Smartphone installiert wird. Das ist also das gleiche wie die Raubbacillen, die da so einen Kanal ausbilden und erstmal so tun, als wären sie ein befreundetes Bacillus der gleichen Art. Also das gab es alles schon, es ist alles nichts Neues, finde ich ein bisschen verblüffend. Ja und das geht noch weiter runter, also es sind immer noch Bakterien hier und zwar diese, wie heißen die, Biofilme. Genau, hier ist ein Bild, Wikipedia-Biofilm und da gibt es auch noch konkret zu dem Punkt, den ich ansprechen möchte, Quorum-Sensing und zwar sogar Interspecies-Kommunikation ist das. Und zwar so ein Bakterium, das kann sich durch einen Biofilm schützen. Das ist so eine Schleimschicht, die es zum Beispiel gegen aggressive Putzmittel im Krankenhaus oder so schützt. Also die hüllen sich ein in eine Schleimschicht, aber das können sie nicht alleine, weil wenn da nur ein Schleimmolekül ist, dann ist eben keine Schutzschicht, sondern viel zu wenig Schleim. Das machen sie erst, diesen Mechanismus des Schleim, also es ist nicht Schleim, es ist was anderes, aber sagen wir mal Schleim, dieses Schleim absondern, das machen sie erst, wenn sie genug sind. Sie brauchen viele Bacillen und dann wird das plötzlich ausgelöst. Und zwar alle Bakterien in dieser Schicht, sogar verschiedene Spezies von Bakterien, ab einer bestimmten Bevölkerungsdichte von diesen Bacillen, fangen die plötzlich an, einen gemeinsamen Schleim aufzubauen, als Schutzschicht gegen aggressive Stoffe, gegen Viren, gegen alles Mögliche. Bakterien können auch an Viren erkranken. Die bilden also einen Biofilm, was jetzt eben so ein großes Problem ist in den Krankenhäusern. Und das machen sie erst, wenn genug da sind. Dann ist natürlich die Frage, woher wissen sie denn, dass genug Bakterien, die schleimbildend sind, da sind, damit es Sinn macht, dass sie selber anfangen. Und das machen sie auch über Botenmoleküle. Und zwar gibt es da auch Botenmoleküle, sind relativ einfache Moleküle, die die Bakterien absondern. Und wenn die Konzentration dieser Botenmoleküle, die alle Bakterien ständig absondern, wenn die in der Umgebung hoch genug wird, dann fangen diese Bakterien plötzlich an, diese Schleimschicht zu entwickeln. Denn sie wissen aus der Konzentration dieses Botenmoleküls, dass sehr viele Nachbarbacillen da sind und dass sie jetzt eine Chance haben, einen wirkungsvollen Biofilm aufzubauen. Und das nennt sich Quorum Sensing, das ist der Ausdruck aus der Wissenschaft. Sie haben ein Gefühl dafür über diese Botenstoffe, die Konzentration, wie viele Nachbarbacillen da sind. Also sie erspüren, ob es genug sind, um so einen Biofilm aufzubauen. Das sind so die Anfänge der Kommunikation, sogar zwischen verschiedenen Arten von Bakterien. Ja, also ganz schön beeindruckend. Also Informationsaustausch, diesmal über Botenmoleküle, ist keineswegs, um es nochmal zu wiederholen, auf den Menschen begrenzt. Ja, jetzt geht es nochmal noch weiter. Also ich habe jetzt erläutert, dass Wissenstransfer zwischen Menschen einfach nur ein Spezialfall ist, ist althergebracht und seit Milliarden von Jahren geltenden Wissenstransfer, Informationsaustausch zwischen Lebewesen. Aber es geht noch weiter, denn Leben, also es ist nicht nur Information, die zwischen Lebewesen geschieht, sondern das Leben selber ist Information, wenn ich das mal so drastisch ausdrücken darf. Und zwar sind wir alle lediglich fahrbare Baupläne für Lebewesen. Also jede Zelle in meinem Körper, im Körper jedes Menschen, im Körper jedes Lebewesens, enthält den Zellkern, die DNA, oder bei Bakterien ist es dann eine RNA, im einfachen Fall. Ich glaube, eine RNA haben die nur, also es ist eine einsträngige. Auf jeden Fall aber ein Plan, wie sie gebaut werden. Und die ganze Natur, die lebendige Natur, die entspringt möglicherweise einem ersten Lebewesen, so zumindest eine Vorstellung, das ist Luca gewesen, vor dreieinhalb oder noch mehr Milliarden Jahren. Last universal common ancestor. Also man meint, dass alle Lebewesen, und hier sind so diese verschiedenen Grundstämme, Bakterien, Aschea und dann die Eukaryoten, dazu gehören wir auch, wir bestehen aus eukaryotischen Zellen. Ich habe hier nach den Menschen gesucht, hier sind die Pilze, Fungi, dann die Pflanzen, hier Flaggelaten, das sind so Geißeltierchen, wo sind die Menschen, also Animals, wir sind mit bei den Tieren, und hier sind dann noch Schleimpilze dabei, Slime-Molds. Ja, die Menschen sind jetzt hier nicht so bedeutsam, aber daraus ist alles entstanden. Und dieser Bauplan, da gab es also irgendwann einen ursprünglichen Bauplan, der war irgendwie in der Lage, sich selbst zu kopieren. Also so eine Grundeigenschaft des Lebens ist die Vermehrung. Wenn man ein Lebewesen hat, dann hat man bei ungeschlechtlicher Vermehrung nach einer Weile zwei und dann vier und dann acht und so weiter. Deswegen gibt es überhaupt Leben, weil es sich vermehren kann. Und dann kann sich nur das vermehren, was in dieser speziellen Umwelt überlebensfähig ist, was ich also ernähren kann, Stoffwechsel braucht man. Ja, aber das muss wohl irgendwann mal angefangen haben, und seitdem läuft ein Optimierungsprozess, was immer besser sich überleben kann, was immer besser Informationen austauschen kann. Aber der Bauplan selber für jedes Lebewesen, und das ist eigentlich der Kern des Lebewesen, das ist der Bauplan, die DNS, also oder DNA im Deutschen, nee, das im Englischen, DNA Acid, also S für Säure, DNS ist das deutsche Wort, und DNA ist A, ist Acid, Säure ist im Englischen. Dieser Bauplan ist das Entscheidende, gar nicht mal die konkrete Ausführung in einem Einzelwesen, sondern die Idee für diese Spezies, die dann an diese bestimmten Umweltbedingungen in der ökologischen Nische besonders angepasst ist. Und dieser Bauplan, das ging irgendwann mal los mit dieser Vermehrung, und der Anpassung an die Umwelt, und seitdem läuft dieses Optimierungsprogramm. Es ist ein Programm für Informationsoptimierung. Leben ist in diesem Sinne, so meine ich das, Information. Und zwar sehen wir es hier jetzt mal im Detail, wie es in modernen Zellen ausschaut. Früher war es sicher ein bisschen einfacher Prozess. Aber wir haben hier die DNA, also das ist so eine ganz lange, viel längere, als was hier dargestellt ist, ein Doppelstrang aus diesen vier Nukleinsäuren. Also ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben im Computerbereich 0 und 1, da gibt es nur zwei Zustände, also 0 oder 1 an einer Position. Und hier in der DNA an einer Position haben wir vier mögliche Zustände, also 0, 1, 2, 3. Das sind also zwei Bits, wenn man so will, die da in einer Position sind, weil es vier Nukleinsäuren gibt, nämlich A, T, G und C. Also das steht für kleine Moleküle, die zu so einem Biopolymer, zu einem langen Strang zusammengebunden werden. Und im Zellkern ist das ein Doppelstrang, wie so ein Reißverschluss. Und die Vermehrung geht relativ einfach. Diese Reißverschlüsse kann ich ganz einfach vermehren. Ich ziehe die auseinander, dass ich zwei halbe Reißverschlüsse habe. Und jetzt ist das in der Umgebung, wo es jede Menge von diesen einzelnen Nukleinsäuren gibt. Und jetzt haben wir einen Reißverschluss, dem fehlt die andere Hälfte. Dann lagern sich diese Nukleinsäuren an diese offenen Enden, diese Brücken des Reißverschlusses an und es entsteht aus dem Einzelstrang wieder ein Doppelstrang. Und die andere Hälfte genau dasselbe. Und dann habe ich zwei Stränge, wo ich vorher nur einen hatte. Ich muss sie nur auftrennen. Ja, das ist die Idee. Der Doppelstrang ist also die Grundlage der Vermehrung, zumindest in diesen moderneren Zellen. So, und was bedeuten die denn jetzt? Also die bedeuten immer drei von diesen Dingern, drei Nukleinsäuren kodieren für eine Aminosäure. Und das ist hier, das ist der sogenannte genetische Code. Drei Nukleinsäuren, also drei Buchstaben in diesem Code, also dieser Erbsubstanz, die unseren Bauplan enthält. Drei Buchstaben des Bauplans kodieren bei einem Gen für ein Protein, für eine Aminosäure. Das sind die verschiedenen Aminosäuren. Und die Aminosäuren, die werden auch wieder zu einem Strang zusammengebaut, ein Biopolymer, und das faltet sich zu einer Nanomaschine. Ja, also das hier, ein Gen auf der DNA, ein bestimmter Abschnitt, kodiert für eine Nanomaschine. Und die Nanomaschine, so nenne ich das jetzt mal, ist ein Protein, was bestimmte Funktionen hat. Und welche Funktion es hat, das wird festgelegt durch die Reihenfolge dieser Aminosäuren. Und so funktionieren alle höheren Lebewesen, also zumindest die Eukaryoten funktionieren so. Und das heißt aber, das Leben auf der molekularen Ebene besteht eigentlich nur aus Plänen, aus Information. Information auf diesem ganz langen Kettenmolekül. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein ganz langer String von Nullen und Einsen. Nur, dass es nicht bloß zwei sind, sondern es sind vier, also 0, 1, 2, 3. Oder genauer gesagt hier A, T, G und C. Das sind diese vier Nukleinsäuren, die übrigens immer paarweise, also es ist das Spiegelbild hier, der zweite Strang, die immer paarweise da diesen Doppelstrang ausmachen. Das heißt, Leben ist Information, wenn man so will. Information, die über dieses darwinistische Prinzip des Überlebens des Stärkeren oder der Art, die besser überlebensfähig ist, und das hat eben was mit Kommunikation, mit Zusammenarbeit zu tun dann, das wird dadurch optimiert. Es ist ein Bauplan, der irgendwann mal entstanden ist, so ein Urbauplan, der die ganze Zeit optimiert wird. Mit Information, die optimiert wird, wenn man so will. Ja, also Leben ist Information. Jetzt ging es die ganze Zeit um Information und meine Frage am Anfang, habe ich das Bild schon gezeigt, war ja, ja wo kommt denn jetzt Information und letztendlich Leben oder auch Bewusstsein in der Physik vor? Die Frage habe ich bis jetzt noch nicht beantwortet, nicht mal ansatzweise. Ich habe jetzt erstmal nur versucht zu umreißen, was Information überhaupt ist. Das kann ich jetzt nicht mit einem Satz definieren, sondern ich habe einen Haufen Beispiele gebracht aus der Welt des Lebendigen. Es scheint so zu sein, dass Leben Information ist oder sehr viel mit Information zu tun hat, aber im toten Bereich gibt es eben keine Information. Auf dem Mond, wenn man da rumrennt, da gibt es keine Buchstaben, keine Speicherschips oder keine Symbole und auch niemanden, der die lesen kann. Das ist ein totes Objekt, unser Mond, da gibt es keine Information. Ja, also, aber das hat Richard Dawkins, das ist so ein Religionskritiker, ein ziemlich militanter, muss ich sagen. Also ich bin nicht ganz seiner Meinung, das ist ein bisschen krass, aber sehr dicht in der Physik drin, sagt er jedenfalls selber. Er nutzt die Physik, um gegen die Religion, insbesondere gegen die christliche Religion vorzugehen. Das finde ich jetzt ein bisschen, also mindestens unhöflich, würde ich sagen. Aber ich finde es ein bisschen krass. Aber trotzdem hat er was Richtiges gesagt, nämlich hier, das ist aus seinem Buch, The Blind Watchmaker, der blinde Uhrmacher. Wie gesagt, es geht gegen die Religion, gegen die Annahme, dass es ein höheres Wesen gibt. Trotzdem finde ich diesen Satz aber interessant. Das ist der englische Original. Ich habe es nochmal übersetzt hier. Was im Herzen jedes Lebewesens liegt, ist kein Feuer, kein warmer Atem, kein Lebensfunke. Es ist Information, Worte, Anweisungen. So schreibt das. It hears information, words and instructions. Ja, also Informationen. Also er sagt, das liegt im Herzen jedes Lebewesens. Ja, okay, ich habe ein bisschen krasser formuliert, Leben ist Information. Information braucht immer einen Träger. Ja, weiß nicht, ob das stimmt, aber es hört sich erstmal richtig an. Und das ist eben die DNS. Das ist der Informationsträger, die Erbsubstanz. Und die wird über alle Arten hindurch seit Jahrmillionen, Jahrmilliarden optimiert. Es geht um Information im Leben. Ja, und dann sind unsere fünf Revolutionen innerhalb der menschlichen Gemeinschaft lediglich eine Fortsetzung dieses ganzen Optimierungsprozesses der Information für das Überleben. Das heißt, diese fünf und letztendlich das Internet wäre so eine Fortsetzung, die irgendwann mal angefangen hat mit der ersten Information von Luca, über diesem ersten gemeinsamen Vorfahren, als das Leben startete auf der Erde. Wenn man so möchte. Führt ein bisschen weit, aber wäre mal so ein Denkansatz. Ja, also da habe ich jetzt nach meinem Video, ich bin jetzt fast am Ende angekommen, hätte ich jetzt also Thesen. Erstens, Informationen gibt es nur in der belebten Natur. Sieht ein bisschen so aus. Auf dem Mond keine Informationen oder überhaupt auf allen Planeten außer auf der Erde. Ja, stimmt nicht ganz. Die Information, was auch immer Information jetzt genau ist, ist nicht beschränkt auf den lebendigen Bereich. Das werden wir nächstes Mal machen. Das will ich jetzt noch ein bisschen erläutern. Und Information braucht immer einen Träger. Ja, auch da, also da stimmt eigentlich in 99% der Fälle. Aber stimmt es in 100% der Fälle? Naja, gut, Fragen erstmal zu diesem Video jetzt. Ich kann das nicht beantworten, mir ist das selber nicht klar. Es gibt vielleicht schlaue Leute, die sich schon immer mit Informationen beschäftigen, die sofort wissen, was redet der Ganteböhr denn da. Ist auch vollkommen klar. Na, sorry, mir ist es nicht klar. Ich versuche jetzt mal als Physiker, als Experimentalphysiker, daran zu gehen an dieses Problem. Was mache ich denn mit dieser Information? Also, die Existenz von Information und Leben ist ja unbestritten. Also, es gibt Information. Ich weiß zwar nicht genau, was das ist, aber ich habe es mal versucht, ein bisschen zu beschreiben. Und Leben ist klar, das gibt es. Muss in den Naturgesetzen angelegt sein. Das ist dieses reduktionistische Denken. Ich würde schon denken, dass die Physik mit ihrem Gedankengebäude, wie die Natur aufgebaut ist, die ganze Realität, dass die alles irgendwie, zumindest in der potenziellen Anlage, es könnte es geben, es widerspricht keinem Naturgesetz, dass das irgendwo da drin stecken muss. Und da wäre die Frage, wo? Ja, wo wäre irgendein, es ist nicht der zweite Hauptsatz, er geht in die falsche Richtung, es wäre immer noch toter als tot, tot, sondern irgendwo, wir haben irgendwas, was ich selber vermehren kann, wenn das zufällig mal entsteht, dann haben wir noch dieses Optimierungsding, es muss überleben, dann wird es immer besser. Irgend so ein Mechanismus. Aber wo steckt der denn drin in der Physik? Das kann ich so jetzt nicht beantworten. Und der zweite Punkt ist, Leben ist aus toter Materie entstanden. Ja, also ohne den lieben Gott jetzt. Irgendwann, erst war die Erde tot und dann gab es auf einmal Leben. Und da muss irgend so ein Entstehungsprozess gegeben haben. So jedenfalls die Lehrmeinungen von Biologie und Physik zusammen und Chemie. Wie kann das sein, wenn es Informationen nur in der belebten Natur gibt? Also dann erst gab es keine Information und dann ist ja auf einmal da gewesen in Form von Leben. Das klappt ja auch nicht. Also ist ein logisches Problem, kann man auch sagen, ist mir vollkommen egal. Aber irgendwie finde ich es ein bisschen komisch. Also da stimmt irgendwas nicht. Und das heißt immer, da ist irgendwas von unserer Weltvorstellung unvollständig, darauf will ich hinaus. Die Vorstellung von der Welt ist irgendwie unvollständig. Und damit ende ich jetzt. Ich will dann in den folgenden Videos, plural, also mindestens zwei, werde ich mich mit Physik und Information beschäftigen. Nachdem ich jetzt aus dem Bereich des Lebens ein bisschen umschrieben habe, was ich unter Information verstehen möchte. Es gibt da nämlich verschiedene Begriffe, was Information überhaupt ist. Erster Punkt zu Physik und Information. Das Wissen über ein System verändert das System in der Quantenmechanik. Zustandsänderung durch eine Messung in der Quantenmechanik. Herr Schrödinger, das Katze, die ist zunächst mal in diesem Kasten, solange ich hier reingucke, in einem verschränkten Zustand, gleichzeitig tot und lebendig. Und wenn ich dann reingucke und das Reingucken kann ich so vorsichtig machen, wie ich will, beliebig vorsichtig, dann wird die Katze entweder endgültig lebendig sein, oder sie wird in dem Augenblick des Reinguckens in den Eigenzustand oder realen Zustand tot überführt. Das ist die Lehrmeinung der Physik. Und dieses Messen, das kann mit so wenig Wechselwirkung gehen, wie ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Alleine das Wissen, die Information über den Zustand der Katze, bringt die Katze von dem verschränkten Zustand, was immer das auch sein soll, ein verschränkter Zustand einer Katze, tot und gleichzeitig lebendig, in einen eigenen Zustand, entweder tot oder lebendig. Das heißt, hier spielt das Wissen, die reine Information, eine absolut systementscheidende Rolle in der Physik. Und das auch noch nicht mal mit Träger. Also doch mit Träger. Also das passt jedenfalls nicht in das Bild, dass Informationen in der Physik nicht so richtig vorkommen. In der Quantentheorie schon. Die Quantentheorie lässt sich als Theorie der Informationen, führe ich jetzt weiter diesen Gedanken, verstehen. It von Britt von John Wheeler oder Anton Zeilingers Prinzip des einen Bits. Einige der rätselhaften Messergebnisse der Quantenmechanik erklärt, Anton Zeilinger mit der Annahme eines Postulats, dass ein Elementarteilchen oder ein elementares Quantensystem nur ein Bit an Information tragen kann. Und er meint, man kann die ganze Quantentheorie und Anna und Zeilinger ist jetzt wirklich ein sehr schlauer Kollege, dass man das alles auf dem Postulat einer Informationstheorie aufbauen kann. Und das möchte ich gerne, diesen Gedanken von Anton Zeilinger möchte ich gerne ein bisschen näher erklären. Der ist verblüffend. Und da ist auf einmal Information sogar die Grundlage der Quantentheorie der Physik. Ohne Leben. In der Quantentheorie ist die Quanteninformation erhalten. Ja, gibt es tatsächlich einen Haltungssatz für Quanteninformationen. Was ist Quanteninformation? Da gibt es sogar einen großen Streit zwischen Stephen Hawkins und diesem Herrn Saskind, über den ich letztes Mal berichtet habe. Der eine meinte, dass die Quanteninformation auch im Fall eines schwarzen Loches, also ich schmeiße ein Buch in ein schwarzes Loch und das ist weg. Dass sogar im Fall eines schwarzen Loches für unser Universum die Information erhalten bleibt und Stephen Hawking bei der Meinung nicht, weil alles im schwarzen Loch verschwindet. Stephen Hawking hat aufgegeben, die Quanteninformation ist auch im Fall eines schwarzen Loches erhalten. Aber was heißt denn Quanteninformationserhaltung? Heißt das, dass alles, was ich jemals gesagt habe, dass das irgendwie doch erhalten bleibt? Das wäre so etwas wie das Überleben der Information eines Menschen. Heißt es nicht, ist ein bisschen eine extreme Interpretation, aber auf jeden Fall müsste man darüber mal nachdenken. Was ist eigentlich Quanteninformation? Was heißt das, dass sie erhalten bleibt? Sehr merkwürdige Angelegenheit. Und dann, es gibt eine Beziehung zwischen Energie und Information. Tatsächlich kann man Ordnung im Sinne von Entropie, Entropie ist das Maß der Unordnung, kann man mit Energie erkaufen. Also die Idee des Lebens ist auch Energie verbrauchen, denn mit Energie verbrauchen schaffe ich Ordnung. Entgegen der Tendenz des Universums zur Unordnung, zum Chaos. Leben beruht darauf, Energie zu verbrauchen. Ja, also Energie, Stoffwechsel, das zu dem Thema Energiesparen. Also Energieverbraucher heißt am Leben zu sein. Leben und Energieverbrauch sind eng gekoppelt in Energie und Information und das ist dann auch nochmal gekoppelt mit Entropie. Eigentlich geht es in unserem Universum immer in Richtung Tod, nur mit Energie kann ich mich dagegen stemmen und Leben erzeugen. Ja, und das will ich auch mal erläutern. Das sind wirklich mathematische Beziehungen und dadurch gibt es überhaupt nur Leben, weil ich mit Energie gegen die Entropiezunahme angehen kann. Ich kann Ordnung erkaufen mit Energie. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Aber da sind wir in Bereichen, in denen ich mir jetzt endgültig mal einen Ruf ruiniere. Naja, aber es ist, aber die Beziehung gibt es, das sind mathematische Beziehungen, die will ich dann mal darstellen. Aus den Quantenteleportationsexperimenten, Quantenteleportationsexperimenten, da gibt es extra ein Video zu, das ist wirklich unheimlich. Das ist einfach unheimlich. Es ist unheimlich. Aus den Quantenteleportationsexperimenten lässt sich folgern, dass es eine Ebene der Realität jenseits der Raumzeit gibt. Ja, anders kann ich mir das nicht erklären. Diese neuesten Ergebnisse der Quantenteleportationsexperimente, die postulieren eine Gleichzeitigkeit, die mit der allgemeinen Relativitätstheorie nicht vereinbar ist. Überhaupt nicht. Und darüber müssen wir auch ein Video machen. Also wir sind jetzt wirklich an den Grenzen des Weltbildes angekommen, aber ich bin Experimentator. Ich versuche immer bei den einigermaßen experimentell überprüfbaren Fakten zu bleiben und mache mir dann ein paar Gedanken dazu. Und das kann auch jeder Zuhörer sich selber dann was dazu denken, was das denn wohl bedeuten mag. Auf jeden Fall sind das recht unheimliche Zonen, die wir jetzt betreten, in die ich versuche, die Zuschauer hinzuführen. Das war also erstmal noch ein ganz normales Video über das, was man gemeinhin über Information in der normalen Welt, also in der Welt des Lebens, was man unter Information und Wissenstransfer versteht. Und nächstes Mal geht's weiter und ich glaube, nächstes Mal mache ich dann was über Schrödingers Katze. Vielleicht noch abschließend kurz mein Hinweis, den ich immer ans Ende dieser Videos stelle. Also das hier ist meine persönliche Homepage, gantefür.ca. Wenn man das anklickt, kommen diese vier Kacheln und eine Übersicht über die vorhandenen YouTube-Beiträge findet man hier auf YouTube. Da gibt es zwei Kanäle, da kommen zwei so Kacheln und auf Grenzen des Wissens findet man die großen Vorlesungen und das Weltbild zur Physik ist, weiß ich jetzt gar nicht, wo das ist, das ist auf jeden Fall auf einen der beiden Kanäle publiziert, auch dieses Video hier. Und dann gibt es neu meine kleine Firma, wir bieten also an, Vorträge, Consulting, Studien und so weiter im Bereich Klima, Energie, Nanowissenschaften und auch zum Weltbild der Physik. Und dann gibt es hier noch was über meine Bücher und zu Personen. Das war es jetzt, vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal.